Wettbewerber im Nacken mit dem Betriebsrat, würden verschiedene MEGLICHKEITEN Anführungszeichen zum Stellenabbau besprochen. Die Notwendigkeit dazu ergebe sich daraus, dass das Werk für die kommenden drei Jahre mit einem erheblichen Umsatzrückgang um ein Drittel rechne. Das liegt laut der Kuntitech-Sprecherin daran, dass wir im internationalen Vergleich nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Sprich, die internationale Kundschaft setzt beim Einkauf der Schlauchleitungen vermehrt auf die Konkurrenz. Diese bietet ihre Produkte günstiger an als die KABNA. Gestiegene Energiekosten, und im internationalen Vergleich zu hoher Arbeitskosten führten zu diesem Nachteil des Wetterauerwerkes, erläutert Antje Lewe. Wir müssen deshalb schauen, wie wir die Produktivität steigern können. Genau darüber spreche man nun im Detail mit den Arbeitnehmervertretern. Immerhin. Mit dem Wandel der Automobilindustrie vom Verbrennungs- zu Elektromotoren haben die Entwicklung nichts zu tun, betont die Kuntitech-Sprecherin. Schlauchleitungen werden in den Fahrzeugen auch weiterhin gebraucht. Statt für den Benzintransport würden die KABNA-Produkte künftig für Batteriekühlung oder Klimatechnik genutzt. Vor zwei Jahren hatte die Technochemie 80. Geburtstag gefeiert. Da sah die Lage noch gut aus. Werk soll erhalten werden. Mit Innovationen könne man sich gut gegen die billige Konkurrenz unter den Schlauchherstellern durchsetzen, hieß es damals. Stolz sind die Mitarbeiter unter anderem auf den hohen Automatisierungsgrad. Viele Arbeitsschritte haben Roboter übernommen. Schlauchleitungen sind ja keine A-T-O-M-R-A-K-E-T-E-N, erklärt Frank Wasberg, oberster Qualitätswächter im Werk, gern die Notwendigkeit zum kostengünstigen Produzieren. Eines ist Antje Lewe daher auch wichtig zu betonen. Wir wollen den Standort Karben definitiv nicht SCHLIESZEN, sagt die Kuntitech-Sprecherin. Sondern wir arbeiten daran, ihn zu erhalten. Punkt Anführungszeichen.